Ein herzliches Grüß Gott, Servus und Hallo an alle Karl-Job-Behler und Karl-Job-Behlerinnen da draußen. Ich bin Robin vom Karl-Job-B-Diözesanverband Bamberg. Und? Ich bin die Simi aus dem Landesvorstand. Und wir zwei freuen uns. Und warum? Ganz klar natürlich, wir haben richtig gute Neuigkeiten für euch. Ab sofort gibt es auf der Landesebene das neue und grandiose Web-Video-Team. Unser erstes gemeinsames Treffen findet am 23. Februar 2018 um 17 Uhr statt. Dazu laden wir euch natürlich herzlich ein. Unser erstes Treffen findet aber nicht wie im Video zu sehen in Nürnberg, sondern im Zentrum der Karl-Job-Beyern an der Landestelle in München-Stadt. Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen. Auf dich kommt es an! 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 Untertitelung des ZDF, 2020